Da ist das Ding! Da ist das Ding! Moin zusammen, liebe Leserinnen und Leser, der Einbecker Morgenpost. Da ist das Ding. Krass! Vielen Dank für den Einbecker Bier-Orden. Ich bin furchtbar stolz, wenn ich gucke, wer den alles bekommen hat. Die Tietchen, der Carlo von Tiedermann, Mick Alistar, Stefan Weil, Pusemann. Da sich mit einreihen zu dürfen, ist eine Sensation. Verdienste aus den Bereichen Kultur, Sport und Wirtschaft. Sport bin ich nicht. Wirtschaft kenne ich nur von Ihnen, wenn ich ein Bier trinken gehe. Und dass ihr das in der Kategorie Kultur, dass ihr das Kultur nennt, was wir da morgens bei FFN machen, findet das schon sensationell. Von daher vielen, vielen Dank. Ich bin gerührt und geschüttelt. Und sie laudatio, eure Bürgermeisterin, Dr. Sabine Michalik. Sensationell. Sie hat sich gleich mit Sabine vorgestellt, deswegen muss ich wirklich sagen, die Laudatio hat mir die Tränen in die Augen getrieben. Sensationell. Dankeschön. Ich freue mich. Vielen Dank.